und einfach nur alles in die Workbench zu hauen so lange Zeit haben ich muss immer kurz haben wir noch zu einem nicht die Sorge Magma Cusapel Prozent 6 bis 70 doch was ich mache einen Livestream wieso warum nicht ich habe sonst nichts besseres zu tun Portable Tank so auf Schubs was gibt es noch so damit ich Servo dummer als der ja ich wollte gerade sagen ja nein ich muss das machen damit ich noch bemerke wenn ich unterbrochen werde ich bemerke das sonst nicht ich schaue doch nicht anderthalb Stunden Aufnahmematerial durch das bist ein Tufel jemand der nicht anderthalb Stunden Aufnahmematerial durchschaut vor allem nicht wenn ich jetzt so viel aufnehmen muss ein Whopper ein Hopper ja brauchen wir einen Filler ne Architektable ne eine Reffer eine Refinery genau könnte man das gebrauchen ist das nicht mit Öl machst du Öl zu Dings genau zu Fuel wenn man Fuel irgendwie nutzen kann und und dann um so dass es nicht erreicht so so geht es nur aus alles safe Jungs Mädchen er geht es ist nicht mehr er ist mehr schnell die Neu was sind es werden wir nicht nur mit uns in diesem Schlussrede da kommt vielleicht morgen irgendwann geht doch die ddddddddddddddddd hab mit sein ganzes eisengekreit einste an den ofen da ich immer ein bisschen mititaB kannst du mir das egal sein ich habe das ohnehin nur geschmolzen und jetzt geschmolzen werden kann ddddddddddddddddddddc nach kommission wird in die Hände ich mag gut hier wo es mir kommt es zu tun und ein Küste die Kräle ich habe reingeschüttet sie sind die Männer wollten blind ich bin ich bin Sonnenbakt ist gerade ein bisschen rum neun wirklich und fair ich habe keine ahnung ich habe keine ich herkommen gehört hast du das gespielt da kommt irgendjemand durch da könnten noch spinnen durchkommen ja gut nicht wirklich aber egal alle dünnen Sack hallo so ein Sack ach 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 es müsste sein ja 60 Zeiger Motivation hallo ich bin hier Motivationstrainer und ich möchte sie motivieren wo er das Geräuschmire ich weiß es nicht m damit ist noch gut was in der Welt was ist denn los so was wollte ich machen hab schon mal vergessen eine Saumel war so ein Scheiß das Glück habe ich so für Maschinenfremes gemacht ja ich bin vorbereitet oh nicht kammer wo es lebt wird zu normalen Gutmann nicht deswegen nämlich Mikroblocks Mikro Mikro wo es mir heute gestern Alkohol ich wollte ich die wo ich die heutige Stimme ich hab's den Prater als Kist die Krieg zum Block Schindler Kappa mit Sternen Geld geht es ja auch mir geht es nicht so ist zumindest werden dass man zumindest halbwegs sicher wenn man drinnen und unser Haus gilt in und und so über das mag ich nicht so dann brauche ich vielleicht mal nur irgendwie ein paar Tränen aus dem Ski ja ist gut weil sie noch gebrochen können ist eine Eisenachst doch doch könnte man von Zelda weggehen bitte Benjokasui Tokikon Severation Orchestrated meinetwegen was würde ich jetzt machen ich wollte ein bisschen ich wollte Treppen holen Treppen haben wir nicht gut so wie es sind dann brauche ich drücken Liquid Transposer ich bin so vorbereitet ich brauche für jedes was ich machen möchte ein Machine Frame guckt man den komischen Worktail der Worktail ich meine auch Menschen kann meine so was gebe ich mir denn dafür was kann man da draußen hinpacken das einmal was machst du ich habe mir ich habe gerade vier normale Okwoods 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 weg geschmissen weil der Philosophe Stone die Treppen nicht umwandeln kann es kann Slaps umwandeln kann die Stämme umwandeln kann die Planken umwandeln aber es kann keine Treppen umwandeln er selber schuld das wusste ich aber nicht das hast du gewusst du hast es als ich nicht gemacht Thomas gibts doch zu kannst du mir bei jetzt keinem schreiben äh nein er ist doch gut oh ich vergesse auch alles wir haben kein Kupfer mehr wollte ich nur mal sagen wir haben einen Haufen Haufen Bronzer haben aber kein Kupfer dann kackt welches aus so Liquid Prince Poser hab ich jetzt doch ich mach jetzt Maschinen Magma Crucible mein Gott ich hab mal wieder eine Schaufel netherbrick ich brauch netherbrick ja dann geh mal nether oder wir haben außer wir haben noch ein paar netherrack netherrack haben wir bestimmt irgendwo weil das kann ich ein Kompressor machen und dann ja oh wir haben genug also Bricks haben wir nicht aber so sind wo ist mein Kompressor ich hab furcht die Kompressor hab ich nicht das Zingo ne hab ich nicht schade schade wollte ich das nicht auch irgendwann machen eine Zentrifoge Extraktor haben das war jetzt zuerst noch Kompressor das war jetzt zuerst noch Kompressor Zingo T ja sind nicht billig so viel Abschiede habe ich nicht wie viel bräuchte ich kann nicht 10 1 2 3 7 ich hab noch 9 scheiße es reicht was machst du ich baue grad einen Weg zu unserem Garten wir haben Garten gleich gleich ich immer noch kurz schreiben sind das jetzt Köln Köln wofür ist ja muss man oder was mit Sigi aufnehmen wieso wieso wüsiglich jetzt schon lange nicht mehr von dir gesprochen er erzählt immer von dir ok Köln 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 so guck mal ein Maschinenblock gesetzt es wollte ich er geht mir nicht mehr was wollte ich jetzt holen er zu sehen hier zu sehen willkommen gibt sie auch ein paar Hitz mit Kost n er merkt man wie lange bin ich gespielt als ich nicht es wollte ich tun was wollte ich bauen was wollte ich warum bin wo bin ich jetzt zurückgegangen so hat man es Ende Köln 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 ich soll begangen und auch so was ich aber holen wollte ich nur noch ging es um zu z z z nächstmöglichen geht und unter der oder mein altes Demenz hören ich muss erbringen Mensch ist das Demenz voll du bist voll A A A Lass mich und das sieht so schön bunt aus mit man merkt auch an dem restlos ausgelaufenen im Weg aus dem verwischten Weg da irgendwie oft wie ein Garten gehen was wir im Garten Wollte ich gerade sagen Boah zeig mir mal deine Blumen bitte komm noch Hä wie so kann ich Hä für den Back was ich habe Brot gegessen denn er hat mich erhältlich hat hat sich mein in der Tage wie es ist gekillt ich wollte gerade sagen Bordebos aber schnell und tut wie hast du es gekillt nicht da ist auch immer weg das das mein Ding der Serie ich gucke mich nach das sind das führt was wir ziehen natürlich gibt es nicht ich so froh war was aber noch ein Vorent ein Fremd weil wir haben wir können sie haben Ende an der Melektik-Titel das ist der Mensch als hast du noch ein ich habe keinen um ich habe eine Schere toll und sicher das ich habe jetzt ein Grund jetzt war ich ja meine Elektrik-Titel mit dem ich nicht so viel Punkt ausgeben müssen Elektrik hoch natürlich ich elektrische Hure ha 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 nee Prozent Prozent die Kasse für elektrische Hure Ho heißt auf Englisch umgangssprachlich du für die Umgangssprache Wolle vor oder was das so dass sie noch keine Sprache und sie nicht ich bin ich wenn die Zocken bis zum PC die Städte so ohne Unnütz rum und vor so schön aus Gold gemacht ach so der der PC richtig richtig ö wieso sie eine Kiste offen macht die zu geht doch was machst du denn nur am Kammel ich habe es hingewirkt Terry am Pressure oh mein Gott das ist auch schon ein wozu brauchen wir denn es geht schnell oh mein Gott warum hab ich nicht so da mache ich schon mal was und der wird noch gut ist ich frage nur nach dem Nutzen nütz wozu Lutz wozu Lutz ha 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 ich krieg keine Lutz ha 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 so wie Ryoge immer lacht für die die sich auskennen bei Death Note ha 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 die Shinigami sind Bombe ähm ich sage nicht weil ich es verstanden habe als du den Namen gesagt hast ich weiß es nicht was du verstanden hast aber ich will es auch nicht kürieren was ja fast ich nicht naja ich glaube ich werde fast eher nach dem hier gucken nach dem was äh verstehe ich nicht werde ich eher nachgucken als meinem geklammert hektischen Geklopfer auf mein Mikrofon keine ahnung warum aber es ist irgendwie so vielleicht auch nicht ja wir nehmen schon wir nehmen gerade mal eine halbe stunde auf oh Gott Benni ich will nicht mehr also jetzt ist unsere Farmer vergrößern wie schön ich hier mal einfach im Plural spreche obwohl ich ganz einfach das alles ganze Zeug hier alleine mache wie schön auch einfach nicht drauf reagiert weiß ich war stumm sorry ich wurde wieder mal gestört ich komme mir bekannt vor wir haben los was so ich würde die Kirche in Finesse mit ich würde diese Aufnahme noch überhaupt nicht gestört nur boh geht es schnell guckst dir an also ich labere nicht einfach mit dem nichts von uns wenn was soll ich tun was was will ich machen Liquid war hat eine ID von 2002 durch 5 vor allem durch Doppelpunkt okay 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 doch der Rasenmäher nur weil ich schwarz bin nur weil ich schwarz bin nur weil ich schwarz bin ja du bist brown weißt du was das Schlimmste ist in Vizepiest? man kann keine Eimer mehr aus Tin machen aus 10 Eimer ja es ging doch also ach so ja es geht ich habe mal es probiert ich glaube es sind einmal müssen die Pässe unten Schiff kraften so Magma habe ich jetzt abgeschlossen Refinerie und man kann ernsthaften Wasser einmal schmelzen wie zu was bucket was wozu soll ich bitte ein Wasser einmal in den Ofen packen und Energie verschwenden ich weiß es nicht das geht mit was kann man da machen ja was bringt dir das was kommt da raus Eimer ja außen wenn ein Eimer schmilzt kommt ein Eimer raus und Wasser einmal schmilzt dann kommt ein Eimer raus ja was soll das bringen hab ich gerade gefragt vielleicht er höchst du denn die Luftfrechtigkeit bei dir um 0,0000001% für 2 Sekunden natürlich so dann vielleicht noch 1 2 Sämchen dann hinkommen Säm allein das so so eine Referee habe ich jetzt äh Referee Referee bist du auch schon Schiedsrichter? Hä? Referee? Schiedsrichter? das heißt Schiedsrichter? Ach ich weiß was ist das du dich weißt Oh es ist rausgebuchen streicht den Tagrot am Kalender da habe ich mein Kalender schon rot voll was? weil du Sigi verbessert hast? was Sigi nötig nein markierste extra das Jahr in diesem Jahr habe ich mal Thomas verbessert ne oh ja jetzt muss ich die Maschinen aufstehen hatten wir nicht sag ich mal äh sag mal Melonsamen und so weiter äh Thomas wie so aus als ob ich das weiß wir waren doch da hinten bei dem NPC dort da habe ich doch Kartoffeln und so gefarmt oder nicht äh ich weiß es trotzdem nicht ich flieg da nur mal kurz hin was brauche ich denn weil man sicher nicht zu dem Weg um Punkten teleporten kann Redstone, Molten Redstone, Molten Redstone ja natürlich auch geschmolzene Redstone äh ich schmelze einfach mal ein bisschen äh elektrische Energie auf was willst du eigentlich warum nicht? ich mach das gerne was mit dem NPC lauflos ist ja kaputt gegangen aber es sind noch Karotten da das ist schon mal gut die ist ja kaputt gegangen was hast du gemacht? nein da ist ein Schankfehler drinnen kaputt gegangen ich lass lieber sicher ich lass sicher selber einfach nochmal ein bisschen von dem Zeug hier übrig denn noch was da ist wenn ich hinkomme das nicht aber dann falls das wieder passiert ich hab eigentlich gedacht wir hätten schon Zeug was sich Kartoffeln und Möhren nennt aber Öl ist einfach mal neben denen na klar naja die wollen auch von Longgas Energie betreiben nicht aber was? das stimmt ich bin nicht im Creative äh lalalala ich jetzt einfach mal 6 62 Schütze und einfach mal in den einfach schmelzen werde? doch brauchst du so viel? nur ein bisschen nur ein bisschen fängt das jetzt von neu an oder was? so also ich brauch schon mal ähm 1000 und aus einem Rätzung kriege ich 25 raus seufzt ohja das heißt du brauchst 40 gut dass du es mir sagst er ist bei nur 38 und dafür weil ich 2 davon machen will mach ich auch jetzt nicht ich hab ja ich brauch nur 38 so ihr küchelt jetzt vor euch hin ach kch kch köchelt ich so... da.. da sortir fleet´s Merk... Matic... Engine... haben wir hier ? Gibt's ja der Tänk wenn sie kennen den Tänken gibt und sich aus ja wohl wurde es kann sagen durch und auch wenn die Rasse gleich aus denn die Söder ist sofort Weltkrieg Rorschweiler der Echer Sprecher beschränkt einer Schalke Sto Hach Harnett Blitzkrank ich denke nicht warum nicht warum nicht um es ich brauchte nur fünf Prozent acht so man will es als erstes von Musikers eine komplette Säderaufnahme gefühlt was machst du noch und wie kann man es bei der Erstehen und das wird Prozent 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 Kommanderbente ich gebe jetzt gleich fünf Splits Bono auch mein Thomas ist Musik in der Tür Sachen hoff es grüßt mit die zufällig in der Hölle wer wer da hat er noch irgendwie zufällig ein oder so übrig ich mache der Katrin ja schon gemacht ganz immer ging man heute sind immer den Kiemen als ein Verpacker war er kann uns erfüllen ok Juki 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 Prozent Prozent von Hartmann Hälschenswert und Eichhörnstattel in einem Moment und weiß es nicht ich kann die schon nachmachen ich finde es so herrlich wie in meiner Ehe in meiner Klasse sich die Leute immer sofort zu mir umdrehen wird irgendwo in Bad oder so 17 rauskommt und eine Antwort ist 17 drehen sich sofort zu mir umdrehen ich habe mich an das Schöne erhältlich schön wie man einfach irgendwelche sag mal wird er prägen kann und ich habe ich habe 50 Kohlblicks okay Romana Thomas was zu erländen was muss es ist erst mal ein schönen Teil ankommen Schofanbeweg die haben ein Schwerer ob ich auch ich weiß nämlich kein und zu uns ich habe ein Verzeihungsstück vor das sind wir geben so was wir kennen hier nicht ist das biologisch möglich es sind mal sechs Punkte der ich vergessen einzutieren Guck mal, kann so sein Garten kann so sein Garten bewundern, wunderschön bewundern, wunderschön das ist immer die Blumteppe es gibt ja gleich eine Blumteppe da kommen normale Gartner, komm, ja in den Garten kommen normale Garten rein was, wie kommt denn ein Creeper in den Netter bitte? in dem der ganz einfach durchs Portal marschiert ist das Portal ist aus das Portal ist aus das Portal ist aus oh, Eisen in der Weg, ich hab's nicht nein, du musst den Gast sehen du weißt, du weißt jetzt aber, wie man, wie man eigentlich normalerweise rauskommt, oder? ohne zu sterben dem Gas Gast weit drauf schießen lassen ja, wirklich? ja, das geht, entzündet sich doch der Boden, damit auch das Portal das geht, wenn man wenn... ...wenn ich nicht ...wenn den Netterfessel, ... hat mir auch schon mal eine Netterfessel gefunden in den W.C.B. 100% gespawnt, also ... ja, ich wollte gerade sagen, sie wenn ich nie mal einer gespawnt, auch so nehmen, das war V.C.B. ist ... keine Ahnung eine Kräte von Fliegen nehmen man gibt nur Plätspritz die Bolle ich weiß dass du hier warst KKP zu einem Wasser explodiert oben ein Kurs nicht unheil ja das war voll schrecklich ich bin psychisch jetzt völlig kaputt gemacht worden erzähl mal keine Märchen wollen wir eine Stunde oder eine Stunde 20 aufnehmen 1,90 witzig ich bin zu darauf etwas an was spielst du darauf etwas an hä? überhaupt nicht ich brauche wirklich so ein FAQ-Zettel nicht nur für die Grundschule die große Besson ja Besson ja sie muss waren es war gut ich hätte nie können ja weil ich patentieren lassen was würde ich jetzt machen wenn er wird worden den Gast achte dumm achte dumm naja was wollte ich machen naja ähm ja ich würde unser Haus weiterbauen dafür brauch ich erstmal stammen mein der Gast nervt stamm habe ich schon mal gut Marmor Briggs brauche ich wo ist denn wo ist denn der Gast? dort ist es tot? wenn ihr hat es kaputt gemacht ich decke mich jetzt hoch wo kommt die Treppe rein? 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 ich weiß es ist doch auch nicht so akkisten wenn die das schießt wo ist wo ist wo ist es sich das wüsste Römer gefährlich der Sprung also wie Prozent und ich habe sie schafft Nein, den will ich verbrauchen ich habe sie gesagt, um es tut ich gebe dir gleich mal tot Kölbeni macht nicht naja, sterbe ich doch und wenn ich es im Server eingebe, dann soll ihn dann sagt er mir, dass ich den exakten Player definieren soll hier wenn ich eingebe nein Benni, das funktioniert nicht das war 15 You must be specify which player you wish to perform this action on Kölbeni Jörg Kölbeni 0,25 welchen Player meine ich wollte genau, Gronkh wenn er in den Schreibskill geworden könnte, dann macht es da kommt er zum Assessin in seinem Wohnung oder wäre der einfach gerade Minecraft auf dem Gronkh und Assessin einfach so mitten in seinen in sein Let's Play und Pamm tot Rückschill Gronkh 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 war und dann will er Ich würde mich nicht aushalten Also mich würde es nicht wundern, wenn da einige so halb schon an Selbstmordgedanken spielen würden Was an sich ein bisschen übertrieben wäre, aber ... ein bisschen das Minimal meine ich glaube schon zehn Jahre durch den Metern immer noch keine Festung definieren zehn Jahre das trifft ich möchte bitte ein zweimal zwei Bild haben und gleich kommt der Lieblings-Termine-Melodie nach Warte mal er hat ich erraten richtig Volk ihrer er solltest du den das muss man auch üben denn bei Flachdien die Arme Katze wird immer noch nicht das ist ein Volk ihrer Lolo 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 Danke Ich bin in einem neuen Teil vom Neto und jetzt ist der Lava gespohnt aber was was ich pöf hier rum weil mich einfach weil du weil du gedankt hast, als ich oft unterbrochen Nein, ich hab sonst nichts bei sowas zu tun Mensch, spiel ruckel nicht Ja, mir gehts noch gut Ja, ich bin mir sicher Aber das geht ja nicht Nein Meine Helligkeit so tief Ich sehe nichts 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 das ist das Ohr Ich bin trotzdem wenn du was platziert mache ich Bordfestung so geht es doch haha Kaka-Aub um �� aber dann schon so ist man sich einfach mal zehn treppenondeen um das Geld zu geben 5 Wessos Gelb warum nicht die Entscheidung das Leben Heidelberg Nudeln 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 Lone Ich glaube ich werde mal nach der Aufnahme, um das mal nicht in der Aufnahme zu machen, diese Marmorstöfchen, diese Marmorsteine, werde ich euch gleich zeigen, was ich meine. Was ich jetzt machen will, mal ein bisschen umändern. Alter, was ich dachte schon, mich tut. Und zwar im Sinne von, dass ich die ganz einfach halbiere, oben die Birchlepp, Birchleppsch, genau. Umhaus die Birchleppsch drauf und dann die untere Hälfte immer unter die Marmorstöfchen. Ich habe Marmor-Halbblöcke, weil, ist so, weil, benötigt. Wo ist der Blaze? In das Meer? Okay, in drei Minuten machen wir Schluss, ja? Was? Nein, 1,40 ist er. Ich habe gefragt, eine Stunde oder 1,20? 1,20? Unfair. Alter, wie das Skelett? Noch eins. Ich kann ja nicht Schluss machen. Ich muss erst Blaze finden. Oh! Das war knapp. Also, was ich meine, ich zeige es euch mal. Ist nicht mal ein Spawner. Ich bin zu blöd. Ja, 1. Jetzt habe ich nur 1 Rot. Ich brauche 5. 8, meine ich. Ja, mit der Chainsaw macht es das nicht. So gut. Boah. Ich hasse nicht, aber wenn wir da kein Wasser platzieren können. Und ich fast nicht sehe, wenn Feuer ist. Tja. Oh ja, noch so ein Ding. Letzte Feuer eben. So, was ich meine, ist ganz einfach, dass hier. So sieht man immer noch von unten die Marmor-Halbblöcke. Bzw. unten sieht man ganz einfach nur Marmor. Von oben, aber sieht man dann... Oh, 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 oh. Du bist ein bisschen... Nein, nein, nein. Stopp, 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 stopp. Ja, wo geht's? Da habe ich schon 3. So. Genauso werde ich das so machen. Spawn. Ach, Benni, du kannst ja wohl jetzt Schluss machen. Nein. 5 noch, komm. 5 Placeboards. Ich kann drauf, wie schnell er jetzt zusammen ist. Weiß ich nicht mehr, was ich machen will. Na, ich mach mal klein Looting 10 drauf. Schreib den Zettel. Was? Mutti-Zettel. Ist schon wieder so schnell vorbei, Hertha. Ich achte, wir nehmen anderthalb Stunden auf. Nein. So vorhin gesagt. Uff, ja. Alter, da habe ich nur so viel anderes aufnehmen muss. Ja, bla, bla. Tja, ist so. Ich weiß. Woher bloß? Ich kenne dich ja kaum. Hm. Placeboards, jawohl. 4. Was? 4. 12. Ja, tut mir leid, dass du nicht immer was spawnt. Nein, ich bin schon wieder untergeflogen. Darum geht's. Licht. Ja, one kick. Wow. Wow. One kick. Place what angle. Du meinst one kill, oder? One hit. Double kill. Wollen wir gleich tot? Ich sehe nichts. Combo breaker. Man, spawn doch mal hier. Nicht woanders. Ich nehme gleich ein Vollbild auf. Wieso? Weil es mich nervt, dass du so klein bist. Du sagst du eine ordentliche Grafik, dann schaffst du es auch. No, mein. Oder schaffst du ganz einfach, dass bei dir die Story flüssig aufnimmt. Weil die Story kann nicht flüssig aufnehmen. Also, das Spiel läuft flüssig auf Vollbild. Also, die Performance geht wirklich kaum drauf, bei mir die Story aufnehmen. Aber die Aufnahme ruckelt wie das Böse. Ich weiß nicht warum. Mein Computer ist nicht ansatzweise ausgelastet, äh, nicht mal ansatzweise ausgelastet, wenn die Story läuft. Also, sieben Stück habe ich. Du musst beim Neto kommen, nenn wir. Nein, muss ich nicht. Doch, ich muss zurückkommen. Ich hatte doch, wieso? Ich habe dir doch ein Feuerzeug gegeben. Nee, ich bin dann halt weg. Na, dann gehst du eben zurück. Nee, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Dann heule. So, mach jetzt Schluss. Ich muss mir mal ein Schuss sagen. Ein Blaise noch. Pack dich irgendwo sicher hin. Acht Blaise hat es genommen. Boah, ja. Pack dich irgendwo sicher hin. Was mich in Ruhe zum Leben, nein, nein, du kitzst mich jetzt nicht. Creative. Bist du sicher? Ja, ich habe Creative. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Bad, bei der nächsten Aufnahme von Techied. Diesmal in einer Woche, aber nicht in zwei beziehungsweise drei Tagen. Ich habe keine Ahnung, wenn der Part kommen wird. Deswegen, ich mache das noch kurz dann zu Ende. Und deswegen würde ich dann sagen, bis zur nächsten Aufnahme, haut rein und tschüss. Bis dann.